Was ist los? Was ist los? Was ist los mit dir? Na Hühnchen? Ich merke, dass du leicht im Weg bist. Oh, es ist gegangen. Nein, das ist einfach... Ich wollte nur, dass es... Oh, Feier. Ich wollte nur, dass du ganz kurz mal weggehst. Na, dann ist es einfach gegangen. Ist jetzt auch nicht tragisch. Kommt bestimmt wieder. Das ist ja was in der Hölle, Hühnchen. So. Ich muss ja alles an die Erde ausdecken. Ausdecken. Komisches Wort, aber okay. So. Jetzt habe ich aber langsam... Also langsam sollte ich das alles haben. Jetzt kann ich zum Beispiel noch überall so ein paar Beete platzieren. Hier kann ein Sinn. Und dann kann... Hier ein Sinn. 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 Genau. Das soll das Beete darstellen... Das ist dann so ein... Eh, Step Beete. Das steppt sich einfach... Ich lasse damit bleiben. ja das nicht, tanto ja die Höhe dazu. sondern werde bestimmt nur glücklich. Da noch nicht. Was ich分享? Dasgert. Ich hasse das Jezu. Das ist das Spiel. Dummes Spiel. Kiesel irgendwo. Warum setze ich mich dran weghau? Ich wollte ja eh noch eine Mine hinbauen sein. Oder was war? Irgendwas? Ich wollte doch hier die Ecke. Und da ich eh gerade einmal hier die Ecke bearbeite... Und ich hoffe eigentlich da Kies drübe zu finden gerade. Die haben nicht die gleiche Abbau weiter. Das heißt deswegen mit der Klappe zu schlagen. Aber so wie es aussieht ist das hier nicht so ein Kies. Nee sieht schlecht aus. Ja genau da kommt da noch irgendwas rein. Das sieht aber ganz gut für eine Stelle aus oder wo man es reinbauen könnte. Das ist eine Seltenheit in diesem Display. Moment. Ein Ort ohne Gras. Eine Seltenheit in diesem Display. Eine Seltenheit in meiner Folge. Oh. Oh. Ich nehme mir eine Klaune ganz schön habe ich so das Gefühl. Ich hoffe die Klaune ist in dem Parkplatz hier nicht dann kaputt. Das wäre natürlich assi. Wenn das passieren würde. So. So. Ohroad. Kommt die denn näher! Was ist the problem? Oh yo problem! yo 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 i Was? Ich weiss wo ich noch a Kizer bekomme? Hinten müsst euch da noch mehr hier stehen? und hier war glaube ich alles habe ich zugemacht hier waren Höhleingang hier habe ich aber zugebuddelt weil ich gestört hat ja wenn ich stirbt wird zugebuddelt aber da ist Kies ich seh ihn doch ich will sich wundern für alle die jetzt neu das sind ich habe irgendwie das dem Zuschuss allen neuen Zuschauern zu erklären was im Display passiert ist ich weiß doch nicht wieso aber was ist so nimmst du diese alten zur Alten Sie soll sein Anfänger des Plays mit jeder Beine sind und 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 die Kuh um was jetzt los Musik hier ist mein neues Lied haben das ist neu ist Das ist doch nicht neu, das ist lustig. Wir haben eine Frage, die wir uns annehmen wollen. Ich bin ein bisschen lieber. einbau aber jetzt einbauen über erde wegbauen was zu viel ist und so ein das was wir unbedingt noch ein bisschen eigentlich aber angefangen haben und halbwegs step by step gemacht haben nicht mehr als ich weil ich möchte euch dann natürlich nicht zufrieden tun und da steht er tut schon wieder terraformen betreiben oh mein gawds er ist so abelsam hmmm weißt du so dann haben wir wieder was gemacht das sieht gut aus der platz da hinten jetzt brauche ich natürlich bäume so ich würde vielleicht doch wieder auf ich werde vielleicht doch wieder auf schweinefleisch oder so äh hirnchen bleib umsteigen dann danach äh jetzt bin ich nicht drin so du schweinchen und steckte er ich habe mich erst so gewechselt hier hat man schweinchen schweinchen die sind so cute ich werde mal ein pik machen noch ein schweinchen Buggeräusche Das ist neu Boah ist die richtig gut Echt besonders fast, hier im Fall RYCKSTO Und hier ist noch ne Demanschoffe Leider kann ich die Momente nicht brauchen ich bin abgehackt und können sagen abgebildet aus der Welchbehalt so wir brauchen auf jeden Fall ach ich guck mal ja morgens mal ab du ich geh mal nach unten kurz ähh what's your problem what's your problem na na ich geh mal die Hose ab dür 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 INAL Fisch gibst du mir ich brauche keine Äpfle von dir ich bräuchte eigentlich seit dir ein langweilig gebt mir noch was cooles cooles Cola Pest und Cola mag ich ja ne der mag ja ich keine Abo ähm goldener Apfel Ender Augen haben wir auch noch wann haben wir Ender Augen noch ähm wir haben hier noch ganz viel Schreis das ist eigentlich nur diese Kies das ich kann sagen euch habe ich heute eine Setzdinge schon sagt mir nichts ich habe hier keine Setzdinge liegen Blumen habe ich noch ein paar da müssen wir hier ein bisschen da bisschen Schleimbälle gebrattene Hühnchen hm ein paar Pfeile ja ich weiß irgendwann kann ich mir auch noch eine Stunde äh gar nichts wenn ich etwas brauche um und nochmal Moom nehme ich mit paar Büsche nehme ich Büsche paar Büschchen nehm ich mit Eisen haben wir noch liegen aber nicht es gibt also ein bisschen von allen drinnen aber eigentlich brauche ich immer nur das Eisen Lass's denn? Kohle noch? Scheiße! Oh wie Kohle? So viel Kohle eigentlich? Sagt der nur rot zu werden Ähm... Habe ich die Bäume denn? Habe ich die hier reingepackt? Kann ich fast nicht genau sein Die nächste habe ich doch nicht Oh, Steine Oh jetzt zwar nicht, aber ich geh immer schlafen Ich schlafen, wer seid denn jetzt am Schlafen? Oh mein Gott Die Musik weiß ich gar nichts mehr in Schlafen Aber es ist irgendwie funky, gefällt mir Ich bin ja eh so ein Dubstep-Elektro-Freund So, das geht mir eigentlich ganz gut so Oh mein Gott die 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 können wir auch büscheln machen sieht auch ganz gut aus das ist ein blumen weg und machen hier lieber büschel hin bis es kommt besser aus die 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 letzte Option ist natürlich wo eventuell um und sein könnte nicht die als itung kann ich mir echt nicht vorstellen ich habe auch nie welche Nachbarn das will ich hab's immer noch verbarf ich guck ja schon viele Räume Musikfil aber sind echt geil, muss doch mal rein, das kennt mir Ah hier hab ich doch noch, hier hab ich doch noch hab ich noch das war nicht mehr allzu viel, aber auf jeden Fall noch ein bisschen was also auf jeden Fall mal eine Riesenreihe Bäume fällen mal irgendwo aufplatzieren, ich weiß ja mal eine Gornform aber wenn wir das brauchen, dann brauchen wir mal eine größere Masse an Bäumen sooo überall Bäume ein bisschen der Wolferring außen rum und gleich sind sie alle gut, eingedrochen haben wir auch noch, ich guck mal hier noch ein bisschen Grünzeug machen, wie ich das so gerne habe Krönfischist Ja, das bin ich Ganz alleine Oh, ich glaube es reicht Nein, es reicht nicht Wieso reicht es denn Du's nicht Sag mir Wieso reicht es denn Oh Noch mehr Hühnchen Was soll ich mit so viel Hühnchen, Alter Alter Essen ist gut Hühnchen, man muss echt gut So Ja, während die Bäume wachsen würde ich sagen, mache ich hier unten noch dieses Terraforming zu Ende Und Ich würde gerne Oh Okay Okay Ja, ich würde gerne Ich würde gerne